Ich bin Luca Pflück. Ich bin hier zum ersten Mal die Cheats über 400 m. Für mich ist es ein ganz neues Erlebnis. Zuerst mal das Trikot. Jetzt ist es fertig geworden. Das Rennen hat mir gepasst. Das Stadion heisst, es sei in der Leer. Es sieht nicht so aus. Super Umgebung. Die Atmosphäre ist cool. Für mich hat es gepasst.